Wenn wir uns die FDP heute anschauen, Hans-Uli Jörges, warum, warum so mini geschrumpft? Das ist ja schon der Trend, das passierte denen in Schleswig-Holstein schon und jetzt sieht man die kaum noch auf dieser Tafel da, so kleinsittige Orte. Die FDP hatte während der Corona-Debatten Jahre, während der Corona-Jahre ein Thema jenseits dieses Genthemas Wirtschaftspolitik. Das war nämlich die Freiheit, also der Kampf gegen die ständige Einschränkung von Grundrechten. Das hat die FDP wieder stark gemacht in der Wahrnehmung. Man kennt viele Leute, die eigentlich eher Linkswähler waren. Vorher haben sie gesagt, das ist die einzige Partei, die dagegen aufgestanden ist, die wähle ich diesmal. Das ist aber vorbei. In der Wahrnehmung der Menschen ist die Corona-Geschichte vorbei, weitestgehend. Und was dann übrig bleibt, wenn man nach Berlin guckt und nach Düsseldorf guckt, ist, dass die dort die falschen Ministerien besetzen, die nach außen hin keine Wirkung haben. Der große Schulstreit in NRW ist vorbei. Da gibt es keine ideologischen Auseinandersetzungen mehr. Die Steuersenkungspolitik der FDP hat dann ein Ende, wenn der FDP-Finanzminister ständig neue Schulden macht. Der dementiert sich ständig selbst. Und damit ist dieser Teil der Politik weg. Und wenn man da noch hinguckt, was die sonst noch haben in der Bundesregierung, sind das unauffällige Ämter, während die Grünen die entscheidenden Ämter besetzen und die SPD die peinlichen. Das ist der Unterschied zwischen den drei Partnern. Die SPD ist peinlich, die Grünen sind stark genau auf den richtigen Ämtern und die FDP ist nichts mehr wert. Ist nichts mehr wert, sagt Hans-Uli Jörges. Die SPD peinlich, auch das nehmen wir mit hier aus der Runde. Und die FDP nichts mehr wert, weil sie die falschen Ministerien hat, sagt Hans-Uli Jörges. Und weil sie sich oder ihre Werte auch verraten hat in dieser Corona-Krise. Die FDP hat schon ganz, ganz lange jedes politische Rückgrat aufgegeben. Und das ist genau das zentrale Problem dieser Partei auch jetzt wieder. Ich finde es interessant, wie Sie gerade beschrieben haben, dass die FDP eigentlich eine Corona-verordnungskritische Politik wäre. Ja, da hat er sie wieder im Rückgrat. Joachim Stamp hat sich beim Kölner Karneval hingestellt als Vizeministerpräsident und hat in einem Moment, also an den ich mich so mit solchen Schrecken erinnere, weil ich gedacht habe, das kann nicht ernst gemeint sein, Ja, fröhlich gesungen, impf doch einfach mit. Da fragt sich jeder, was in solchen Leuten vorgeht. Und Sie wissen dann eben halt ganz genau, dass das, was man eigentlich als Markenkern einer Partei erwarten würde, nicht das ist, was hinterher rauskommt. Traut Sie sich zu wenig? Traut Sie Christian Lindner zu wenig? Also man muss erst mal sagen, dass das in NRW natürlich für ihn eine Katastrophe ist. Denn er ist ja bekanntlich aus NRW und hat da auch lange in dem Parlament gesessen. Und auch gute Wahlergebnisse eingefahren. Ja, das heißt, ganz offensichtlich hat Lindner überhaupt nicht gezogen. Jetzt noch mal was zur Corona-Politik. Also da hat natürlich Herr Jörges recht, die haben immer da mit ihrem Freiheitsslogan Stimmen bekommen. Nur ist ja das Problem, das muss man jetzt mal sagen, Corona ist tatsächlich ein tödliches Virus. Und insofern kann ich dann auch Herrn Stamp verstehen, wenn er im Amt als Vizeministerpräsident letztlich die Leute auffordert, sich impfen zu lassen. Nein, das kann man nicht verstehen, weil es überhaupt eine individuelle Thematik ist und man nicht pauschal dahin gehen kann. Oder eine Auskennungspolitik betreiben sollte. Ja, ganz offensichtlich sind Sie also ein Impfgegner. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier zu debatschen ist. Ich bin selbstverständlich. Natürlich bin ich ein Gegner von Unfreiheit. Das ist nicht mehr zulässig. Die Leute, die die Politik kritisieren, sind alle selbst geimpft. Sind Sie dreimal geimpft und kritisieren die Politik. Sind Sie Impfgegner oder sind... Wir sind der Auffassung, dass es selbstverständlich, wie alle anderen, wir als Good Governance Gewerkschaft, sind der Auffassung, dass es selbstverständlich eine Frage ist, die individuell jeder für sich zu beantworten hat. Und dass es nicht angehen kann, dass jetzt in den letzten Monaten... Aber in dem Fall, Sie haben ja gerade Herrn Stamp nur zitiert, dass er alles hinweggewischt hat. Ein Aufruf geht schon übers Ziel hinaus. Wenn ich mich in einem Regierungsamt hinstelle, auf einer Karnevalsbühne im Übrigen, und eines der integrativsten Lieder, das der Kölner an sich kennt, umdichte auf Impft du einfach mit, dann bist du doch nicht, dann gehörst du wieder dazu. Dann ist das einfach nur ein perfides Nudging allererster Güte. Das hat nichts damit zu tun, dass das Leitbild des Grundgesetzes der Bürger ist, der souverän seine eigene informierte Entscheidung lässt. Sondern das ist der Versuch, ein tumbes Schäfchenvolk in irgendeine Richtung zu drängen. Das ist genau das Gegenteil von dem, wofür eine liberale Partei steht, auch das Gegenteil der Werte. Sie haben gerade Ihre Gewerkschaft zitiert, die Sie gegründet hat, die jetzt viele Branchen dort auch vereinen will. Unter anderem viele Pflegekräfte sind dort auch eingetreten. Wahrscheinlich eben auch die Pflegekräfte, gerade ausgerechnet, die dann eben impfkritisch sind. Das kurz zur Erklärung dazu. Der Vorwurf war, die FDP hat ihre Glaubwürdigkeit verloren. Nicht ganz. Es gibt ja einen Kopf, der rausragt, immer noch, der die ganze Corona-Politik der Partei gedrängt. Das ist Wolfgang Kubicki. Der ist glaubwürdig, der ist aber, der hat aber keine, nun ist er stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei. Und er ist aber leider nur Vizepräsident des Bundestags. Aber darf ich dann mal auch was sagen? Sofort. Er hat kein Ministeramt, aber er hat das repräsentiert. Nicht der Parteivorsitzende, nicht die anderen Minister, sehr viel weniger. Die wollten mit Kubicki in der Zeit nichts zu tun haben. Er hat ja auch in der eigenen Partei immer wieder Kämpfe ausgetragen und hat sich Verbündete außerhalb der eigenen Partei im Bundestag gesucht. Er war von Anfang bis Ende glaubwürdig. Andere sind geschwankt, haben uns mal so geredet. Linden hat sich ganz lange nicht festgelegt, bis zum Tag der Abstimmung. Ja, aber was man doch jetzt hier sehen kann, ist, dass diese ganze Analyse deswegen nicht stimmen kann. Weil wo hat die FDP auch ganz stark verloren? In Schleswig-Holstein. Wer ist da der Kopf? Kubicki. Das heißt... Nein, 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 das ist da eben nicht drauf. Nein, aber jeder in Schleswig-Holstein... Ich komme ja aus Hamburg. Das ist ein Manager meines früheren Verlages. Das ist ein Manager. Der ist ein kühler Manager, der gewinnt keine Wahl. Ausgeschlossen. Leider war Kubicki nicht der Mann in der Wahl. Hat die FDP jetzt ihre Werte verraten? Hat die ihre Glaubwürdigkeit verloren? Na, ich meine, was schon stimmt ist, dass die FDP sozusagen beim Corona-Thema so getan hat, als wäre sie AfD-leid. Also auch immer so Freiheit, Freiheit. Sie sind ja gut drauf. Ja, ich bin... Die AfD ist für die Freiheit? Nein, natürlich nicht, aber das waren auch Corona-Skeptiker und die zentrale Argumentation... Das haben Sie gerade gesagt, dass die AfD den Freiheitsgedanken vertreten hat in der Corona-Zeit. Das wäre bitter. Das war doch deren Idee. Nein, die AfD hat eine konsequente Maskenpolitik gefahren. Ja, aber darf ich mal was sagen zum Thema Freiheit? Das scheint ja jetzt hier plötzlich das neue Thema in unserer Wahlsendung zu sein. Nein, ich würde nur einfach ganz ungern in dieser Wahlsendung hier bei Bait Live die Freiheit der AfD zu überlassen. Das wäre mir ganz unangenehm. Mir auch. Von mir aus, was mir wichtig ist, das würde ich noch gerne loswerden, das Coronavirus verschwindet nicht, sondern es kommt im Herbst wieder. 2,7 Millionen Menschen über 60 sind nicht geimpft. Die sind alle gefährdet. Das heißt, weil diese ganzen Leute sich nicht impfen lassen wollen, werden wir im Herbst wieder einen Lockdown haben. Zu einem Unfall. Nein, das ist kein Schwachsinn, sondern das ist leider die Wahrheit. Und deswegen ist es auch nicht so, dass... Das ist keine Wahrheit, es fehlt jede Kausalität in dem, was Sie da schildern. Und deswegen ist es auch nicht so, dass wenn ich sage, ich will mich nicht impfen lassen, dass nur eine Entscheidung für mich ist, sondern die Leute, die sich nicht impfen lassen, werden erzwingen, dass der Rest der Bevölkerung, das sind über 60 Millionen, wieder in den Lockdown sind. Wir haben doch inzwischen alle gelernt, dass selbst die Geimpften, die dreimal Geimpften, auf der Intensivstation liegen, weil sie die Infektion gekriegt haben. Aber da, dass sie andere anstecken. Das wissen Sie doch gar nicht. Mein Gott, lassen Sie uns doch mal zur Rationalität und Wissenschaft zu schüren. einen nur selbst... Nein, also, Herr Götz, das war ein schwerer Geigkeitsverlauf. Aber wir stecken noch alle an. Wir haben es gerade in der Runde... Sie sind dran, Frau Herrmann, aber ich möchte noch die Frage mitgeben einmal. Dann stimmt, was Karl Lauterbach sagt aus Ihrer Sicht. Wir haben den gerade schon zitiert in der Sendung, gerade mit Jens Spahn darüber gesprochen, der jetzt in der Rheinischen Post sagt, die CDU ist da mit dran schuld, weil sie die Impfpflicht mit verhindert hat, dass jetzt mehr Leute wieder an Corona sterben werden. Ja, das ist so. Das teilen Sie. Ja, natürlich, weil es ist, das, was Herr Jörges sagt, stimmt. Wenn man dreimal, viermal geimpft ist, kann man sich auch anstecken. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man auf der Intensivstation landet, ist viel geringer. Die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, das stimmt. Wie kommen Sie denn darauf? Nein, das ist Unfug. Und das wissen Sie auch. Und vor allen Dingen, man kann andere anstecken, aber die Phase, in der man ansteckend ist, ist viel geringer. Die Virenlast ist viel geringer. Das heißt, die einzige Möglichkeit, den Virus zu bekämpfen, ist, dass sich alle impfen lassen. Also, es ist vollkommener Unsinn. Das sehen Sie doch auch weltweit. Also, die Debatte sorgt auf jeden Fall wieder, wieder und immer, immer wieder Wir können nur hoffen, dass sie nicht wiederkommt. Für Emotionen. Jedenfalls, wenn sie wiederkommt, möchte ich sie nicht nochmal mit Karl Lauterbach erleben. Dann soll bitte eine etwas kühlere... Und ich will sie nicht mit Ihnen erleben. Wir waren aber gerade... Ich werde ja nicht Minister. Dann will ich gerne eine Frau in diesem Amt haben, die Ärztin ist. Ganz kurz Schnitt einmal. Zitfour Zitfour